Unter der klangvollen Bezeichnung Gondolitas kennt man sie, die 48 seilgeführten Boote mit den leuchtengelben Dächern. Auf einem knapp zwei Kilometer langen Rundkurs gleiten sie von Frühjahr bis Spätsommer bei gutem Wetter über den Kurzer Weiher des Luisenparks. Die neunzitzigen Gondeln sind mit einer Gleitkupplung an ein Unterwasserseil angehängt, sodass jedes einzelne Boot durchgehend in Bewegung ist, ohne dass man sich selbst bewegen muss. Wer nicht die ganze Rundfahrt von ca. 50 Minuten auf 1840 Meter machen will, hat auch die Möglichkeit auf einer halben Runde nach ca. 25 Minuten auszusteigen, was wir auch getan haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik Musik